Wir liefern dir wöchentliche Inspirationen für ein erfolgreiches Wintertraining mit leicht umsetzbaren Übungen für Pferd und Reiter. Mit der heutigen Übung wollen wir uns weiter auf die kommende Saison mit sicheren Parcours-Linien vorbereiten. Die vorangegangenen Übungen für Distanz und Rhythmusgefühl helfen euch hier auch. Die Stangen sind alle im gleichen Abstand gelegt, den könnt ihr beliebig wählen. Durch die gleichen Abstände könnt ihr an einem gleichbleibenden Galopp und Rhythmus arbeiten. Ihr habt hier zahlreiche Möglichkeiten, gerade und gebogene Linien miteinander zu kombinieren. Ob auf der Mittellinie, Diagonalen, von der Mitte zur Ecke oder umgekehrt zurück oder sogar als einfache Schlangenlinie an der langen Seite ist alles denkbar. Einige Varianten habe ich euch hier vorgeritten, aber es gibt noch zahlreiche weitere, vor allem weil man alles von beiden Händen und zu beiden Händen hin gleichermaßen reiten kann. Und wie jede Woche wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachreiten. Und wie geht's euch hier vor?